Am kommenden Freitag wird die Europäische Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg zur Offenlegung der umstrittenen Textnachrichten zwischen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Pfizer-CEO Albert Burler befragt. Hintergrund ist eine im Jahr 2023 eingereichte Klage der New York Times, die argumentiert, dass das Zurückhalten der Kaufverträge über den Pfizer-Impfstoff gegen die Transparenzregeln der EU verstoße. Der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser, der auch im Gesundheitsausschuss des EU-Parlament sitzt, fordert eine umfassende Aufklärung der Vorgänge rund um die SMS-Deals. Es ist allerhöchste Zeit, dass die Bürger erfahren, wie diese Entscheidungen tatsächlich zustande kamen. Die Europäische Kommission hat sich jahrelang geweigert, transparent zu arbeiten und die Wahrheit zu sagen. Das Hearing wird mit einem ungewöhnlich großen Richtergremium von 15 statt der sonst üblichen 3 bis 5 Richter abgehalten. Die hohe Zahl der Richter bei diesem Hearing zeigt das Ausmaß des Irrsinns, den von der Leyen hier fabriziert hat, so der freiheitliche EU-Abgeordnete. Hauser fordert seit zwei Jahren maximale Transparenz im österreichischen Parlament zu den Impfstoffbeschaffungen. Wiederholt wurden die Anfragen durch Gesundheitsminister Rauch von den Grünen abgeblockt. Seit zwei Jahren bemühen wir uns um Transparenz, aber immer wieder wurde mit Verschwiegenheit argumentiert. Jetzt geht der Weg über die EU weiter. Wenn man hier 30 Milliarden Euro fragwürdige Ausgaben de facto als Kabaliersdelikt behandelt, dann steht es um diese EU tatsächlich mehr als nur schlecht, meint Hauser. Mit Hinblick auf die Anhörung von der Leyen meint der Freiheitliche, dass die Bürger ein Recht auf Aufklärung haben und Hauser hofft, dass das Europäische Gericht endlich Licht ins Dunkel bringt.